Das erfolgreichste Tennis-Turnier Deutschlands ist zurück. Die Noventi Open vom 12. bis 20. Juni. Die Stars der ATP Live bei uns in Halle, Westfalen. In diesem Jahr mit drei deutschen Topstars. Alexander Zverev, Jan Lennert-Struf und Dominik Köpfer. Erlebe die 28. Noventi Open täglich live bei Eurosport im ZDF. Im Internet, beim Tennis-TV, der ATP, bei Facebook und Instagram. Täglich viele neue Aktionen und tolle Gewinnspiele für dich. Also sei dabei! Die Noventi Open. This is Tennis. Das ist 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 Tennis.